Hallo und recht herzlich willkommen zu einem neuen Video in Tobis Hardwäcke. Ja, ich habe es lang aufgeschoben. Heute werden wir uns die Arctic MX-6 anschauen. Arctic hat mir die schon im letzten Jahr zugeschickt. Ich glaube, es war Mitte Dezember, aber es kam viel dazwischen. Und jetzt habe ich endlich die Zeit, um die Wärmeleitpaste zu testen. Das Ganze wird übrigens getestet mit einer Arctic Liquid Freezer 2. RGB-Version übrigens, aber das spielt hier keine Rolle. Die Beleuchtung habe ich gar nicht angeschlossen für den Test. Und übrigens, da ist mir wieder aufgefallen, wie leise denn die Liquid Freezer 2 sein kann. Selbst wenn ich die auf 100% laufen lasse, habe ich hier auch konstant immer 100%. Die Lüfter drehen dann so bei 1800, 1900 Umdrehungen. Also schon ganz ordentlich, aber das war ja auch schon im Test zur Liquid Freezer 2, dass sie ziemlich gut war. Übrigens, hier ist auch dann das Service Kit schon eingebaut. Ihr könnt euch erinnern, ein Video dazu habe ich gemacht, aber das soll hier keine Rolle spielen. Ich würde sagen, lasst uns mit dem Video anfangen. Und als erstes seht ihr einmal, wie die Wärmeleitpaste sich auftragen lässt. Ich möchte euch nochmal was zeigen zum Thema auftragen. Wir verwenden jetzt hier mal die verschiedenen Varianten, Versionen, wie auch immer. Und ich mache mal hier so einen kleinen Teststreifen. Auch wenn das jetzt ein bisschen viel war. Aber es soll ja nur sinnbildlich sein. Ihr seht auch anhand der Farben schon, wo da der Unterschied ist. Hier haben wir die MX-5, aber die ist ja aus dem Verkehr gezogen. Aus bekannten Gründen. Hier nochmal ein bisschen was drauf. Zieht auch so ein bisschen Fäden, die MX-5. Und dann kommt einmal die MX-6. Und ihr seht schon, die MX-6 ist farblich wieder sehr bei der MX-4 angekommen. Wenn es mal so ausdrücken darf. Und jetzt machen wir einfach mal hier einen kleinen Streichtest. Ich mache danach natürlich immer wieder die Spachtel sauber. Und ihr seht, so sieht das bei der MX-4 aus. Dann kommt die MX-5. Und die MX-5 war sehr weich, wenn man dann eine gute Tube bekommen hat. Muss man auch dazu sagen. Und dann einmal die MX-6. Und ihr seht schon. Hier, ich mache es mal ein paar Mal mehr. Die MX-6 ist so ein bisschen zähflüssiger. Und das könnte unter anderem dafür sorgen, dass sie konkurrenzfähiger ist. Zu anderen Wärmeleitpassen, die auch diese Eigenschaft haben. Und ob das so ist, das schauen wir uns jetzt im Vergleich an. Eins nochmal zu der MX-5. Da muss ich noch was zu sagen. Die habe ich ja schon was länger seit dem Release damals. Und ihr werdet gleich auch sehen, dass die hier deutlich schlechter abschneidet, als sie das damals bei dem Test gemacht hat. Ihr wisst ja, die MX-5 hatte hier und da ein paar Problemchen. Ist nicht umsonst vom Markt genommen worden. Man kann sie zwar noch kaufen, aber bei Arctic selbst, ich habe sie zumindest nicht gefunden, kann man sie nicht mehr finden. Und das wollte ich nur sagen. Und ich würde sagen, wir kommen zum Diagramm. Ich habe natürlicherweise auch eine der besten Wärmeleitpasten meiner Meinung nach mit ins Diagramm genommen. Beziehungsweise mit in den Test. Und das ist die Alpha Cool Sub Zero. Die tritt dann an gegen die Arctic MX-4, MX-5 und MX-6. Und einmal haben wir das Ganze hier in Cinebench getestet. Zehn Minuten Durchlauf. Also das heißt, es lief etwas länger. Immer gleiche Raumtemperatur bei 22 Grad. Und man sieht hier auch, die Sub Zero schlägt sich super. Aber was man auch sieht. Die MX-6 ist hier gleich auf mit der MX-4. Ich kann euch aber schon mal verraten, das wird gleich im Prime 95, wo der Durchlauf 20 Minuten geht, wird das nicht so sein. Was wir auch sehen, die Arctic MX-5, wie gesagt, die weicht ab. Ich habe auch noch mal im Nachhinein, wo ich den Kühler abgemacht habe, geguckt, okay, war dann alles richtig? War alles gut aufgetragen? Also da lag das Problem nicht. Und jetzt würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Diagramm. Und ihr könnt es hier schon sehen, im Prime 95, 20 Minuten Durchlauf, seht ihr, die MX-5 schlägt sich besser als die MX-4. Und was man auch sieht, sie ist nah an der Alpha Cool Sub Zero. Was soll man sagen? Der Preis ist deutlich geringer. Also eine ganze Ecke geringer. Das könnt ihr euch natürlich euer Bild machen. Auch vom Auftragen her habt ihr gesehen, es geht ziemlich gut. Auch wenn es schon ein bisschen schwieriger ist wie bei der MX-4. Was natürlich dafür sorgen kann, dass man das vielleicht ein bisschen ungleichmäßiger verteilt. Aber mit genug Druck, je nach CPU-Kühler, ist das auch kein Problem, meiner Meinung nach. Und meiner Erfahrung nach auch. Und man sieht hier auch wieder, die MX-5, die weicht ganz weit weg. Und die Helmetsprechung sieht man, sie wurde nicht umsonst vom Markt genommen. Die Leistung hat definitiv nachgelassen. Und ich würde sagen, lasst uns schon zum Fazit kommen. Was kann man über die MX-6 sagen? Es ist auf jeden Fall gelungener Release, muss man einfach so sagen. Meiner Meinung nach, ihr seht, sie ist fast gleich auf mit der Sub Zero, zumindest in Prime 95. Und wenn wir eine Dauerlast haben, in Cinebench, ihr wisst es ja, da geht es mal hoch, mal runter. Also er stoppt ja kurz, dann geht es weiter. Es ist nicht so eine Last wie in Prime 95. In Spielen werdet ihr zwischen den Pasten kaum einen Unterschied merken. Das kann ich euch schon mal sagen. Je nachdem müsstet ihr dann Liquid Metal benutzen. Aber ob ihr da das Ganze auf eure CPU aufbringen wollt, mit dem Risiko, was immer damit vorhanden ist, das sei mal dahingestellt. Ich würde es nicht machen. Das lohnt sich meiner Meinung nach nicht. Und wenn ich jetzt entscheiden müsste, vom Preis her, MX-6 oder Alphacool Sub Zero, dann könnt ihr euch natürlich denken, wofür ich mich entscheiden würde, hier für die MX-6, weil sie halt günstiger ist. Vom Auftragen her gefällt mir die Sub Zero besser und auch die MX-4. Die MX-4 ist ja butterzart. Kann man einfach nur so sagen. Die lässt sich super auftragen, auch wenn man die länger liegen lassen hat. Das heißt auch nach einem Jahr noch, zumindest ist das meine Erfahrung. Man muss aber dazu sagen, die Pasten, die ein bisschen dünnflüssiger sind, die haben halt den Nachteil, dass die Flüssigkeit ja mit einer gewissen Hitze und einer gewissen Zeit, dass die Flüssigkeit sich da etwas verflüchtigt und dementsprechend die Wärmeleitfähigkeit hier etwas nachlässt. Das wird bei der MX-6 wahrscheinlich nie so sein. Übrigens, technische Daten, schaut es euch gerne mal selbst an. Ich blende es euch mal kurz ein. Da wird nicht so viel gezeigt. Man kann es auch nicht eins zu eins vergleichen. Aber das ist auch immer nur die Theorie. Die Praxis ist da wichtiger. Ich bin mal gespannt. Schreibt mal gerne in die Kommentare, wie es bei euch aussieht. Wenn ihr denn die MX-4 und die MX-6 habt, dann schreibt mir mal gerne rein, wie die Pasten bei euch abgeschnitten haben. Lasst gerne Prime95 laufen, wenn ihr die Settings haben möchtet. Dann schreibe ich die euch unten rein in den Kommentar und dann könnt ihr das Ganze mal nachtesten. Und ich habe mir was Nettes überlegt. Ist jetzt zwar nichts Großes, aber ich denke mal, der eine oder andere wird sich darüber freuen. Und zwar, wer jetzt bis zum Ende zugeschaut hat, der wird das nur sehen. Und der von euch, der den ersten Kommentar reinsetzt, dass er gerne die Paste testen möchte, kann das Ganze hier sortieren. Wer als erstes das gepostet hat, der bekommt die Paste hier von mir zugeschickt und kann das gerne mal bei sich selbst testen. Ich habe noch eine auf Lager. Und vielleicht möchte ja Arctic auch noch was bereitstellen. Schreibt es mal fleißig drunter, dass ihr auch gerne ein Sample hättet. Vielleicht finden wir dann noch die Möglichkeit, an zwei weitere das zu senden. Aber das kann ich nicht garantieren. Das liegt da nicht an mir. Ich kann mal gerne nachfragen. Und umso mehr Kommentare von euch drin sind, umso wahrscheinlicher ist das Ganze natürlich. Beachtet aber bitte, dass das Ganze natürlich zeitlich begrenzt ist. Wenn ihr das Video jetzt ein Jahr später guckt, dann wird es natürlich nicht mehr der Fall sein. Ja, das soll es schon gewesen sein. Falls ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, dann bleibt mir wie immer zu sagen, abonniert gerne den Kanal. Lasst einen Daumen nach oben da und kommentiert gerne für den Algorithmus. Das würde uns sehr freuen, denn wir haben uns zum Ziel gesetzt, dieses Jahr die 5000 Abonnenten zu erreichen. Wir haben jetzt 3300 rum und ich denke mal, das ist realistisch. Wenn wir noch mehr erreichen, ist das natürlich super. Und zu den 5000 Abonnenten wird es natürlich wieder ein Gewinnspiel-Special geben. Haltet da auf jeden Fall die Augen auf. Ich werde euch aber auch informieren, falls wir es denn dieses Jahr erreichen sollten. Man weiß ja nie, was dazwischen kommt. Das soll es auch gewesen sein. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Tobi.